Was für ein Rennen. Lowell Bailey, der eigentlich schon vor einem Jahr seine Karriere beenden wollte, holte Gold für die USA. Der Tirolberg biebte förmlich, als das amerikanische Team seinen Weltmeister feierte. Lowell holte die erste amerikanische Biathlon-Goldmedaille überhaupt in einer Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Spielen und zeigte sich überglücklich. When I started Biathlon and went to my first Junior Worlds, and now to ski the Last Loop with 30,000 people and millions of people on TV cheering for me, it's just an amazing moment. I first met Lowell when he was probably 13 years old in Lake Placid as a young skier just getting started in the sport. And to be here today and see him have the perfect Biathlon-Performance in what I regard as the most difficult Biathlon-Competition there is, there's just no words for that. It's a dream come true and I couldn't be more proud for him. Acht Nationen sind im amerikanischen Betreuer- bzw. Trainingsteam tätig. Die Leitung hat Sportdirektor Bernd Eisenbichler, ein gebürtiger Bayer. Auch Silbermedaillengewinner André Morawetz freute sich ganz besonders über die Einladung in den Tirolberg. Ganztier Hitler www.americancl 이사ft parkières 2020 The perfect Biathlon G obsess척 G Wool kung keeper